ja mit Verlust musst du rechnen meine Logik darf das nö darfst du nicht nö nö immer noch nicht nein 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 guck mir da mal ne Rüstung an hui wie sieht denn die aus toll, n Rock ich zieh mal die Hose an sieht man recht viel so ein Schild ein Schild Mantel des Jägers alter das drücken ist schlimm zuerst Emotions und dann bett so see you next time ok du schwebst schon wieder was schwebst schon wieder nöfis wie lange nehmen wir jetzt schon auf an einer Folge lange aber ich schneid das einfach zwischendurch ach so so wie bei lego oder wie bei wie bei wie bei Hyuga einfach an dem unterbruch lego lego marvel ja genau genau ja genau wie dort schneid ich das Ding einfach ich schwebst den Boden es wird zu faul der ganze Zeit sich viel zu verabschieden ich hab jetzt nur gedacht nur weil wir jetzt Gast haben ziehen wir es gleich an einem Reimen durch und nicht da noch groß sonst machen wir es dann schon wieder so aber es geht ein bisschen einfacher und dann gerade so aha überlegt natürlich willst du wissen wie lange wir hier schon am suchten sind so ja eine Stunde zwei Minuten ach das reicht für die Woche logisch Rezept erlernt steht dir es jetzt okay willst du dann noch ein Yu-Gi-Oh! Drill machen? du schuldest mir eh noch ne Revanche ich will nicht ich weiß weil du verlieren wirst ja und zwar welches meint ihr jetzt das Kartenspiel oder die Duellvideos die videos also ja wir machen ja haben ja selbst da ein Duell gemacht gegeneinander ich hab das Fläche so viel gespielt ich werd euch beide in den Boden hauen ich kenn eben nur die alten nur die ganz ganz alten die kenn ich aber gut den Rest kenn ich gar nicht ich sag nur eins mit dem ich gewinnen werde Exodia Exodia in echt habe ich etwa vor zwei ein jahr aufgehört die zu sammeln ich habe alle legendären drachen ein paar hundert Exodias jetzt verkaufe ich die scheiß ich hatte es nur ganz am anfang eigentlich gespielt bis bis eigentlich die legendären kamen dann habe ich es dann die Götterkarten was? also die Götterkarten ja bis so gesagt bis die Sendung mit denen kam dann hatte ich schon aufgehört mit Karten zusammen von dem her hatte ich nicht lange gemacht aber ich hatte finale Exodia und das ganze Zeug da war alles vorhanden Alter ich stecke hier im Baum fest ich komme nicht mehr raus Alter jetzt stirbst du noch nicht so viel auf dem Baum wie habe ich das wie habe ich denn das geschafft? ich brauche den listigen Willi ich komme hier nicht mehr weg ich sitze hier fest ne aber ich habe auf Youtube ich habe auf Youtube ich sitze fest ein Deckeset ist gefunden mit dem Exodia innerhalb von einem Zug wenn man keinen Fehler macht innerhalb von einem Zug alle fünf Teile auf der Hand kriegt ok ich dachte ich schon ich wäre schon rausgekommen hier ich sitze fest ich mag den Baum sehr ich komme nicht mehr weg von dem und der Baum mag mich irgendwie packt das hier rum was bei dir? ey das packt hier rum dass man meinen könnte du bist ne Frau so ich bin losgekommen jawoll ey ich gehe ein Stück und werde dann wieder zu dem ey alter das verarscht mich warum? was sitzt denn du fest? also ich stecke ich gehe ein paar Meter und werde wieder zurück teleportiert dann gehe ich ein paar Meter wieder zurück dann gehe ich ein paar Meter wieder zurück dann gehe ich ein bisschen wieder zurück ja momentan ist gerade ein bisschen krass dann würde ich angreifen passiert nix ne? ja ein bisschen du bei mir lächst dafür wie Sau seiten die alle ach ihr seid auf den ganzen Karten ein bisschen verstreut ich will den angreifen dann passiert die ersten schon für mich erstmal ganz ich greife zum Teil Gegner an und die laut bewegen sich nicht mal so wie ich nicht da wäre dann werde ich zurückgesetzt plötzlich so ein Stückchen dann höh komisch ja genau aber weisst du das fies ist danach noch äh dass du deine besten Fähigkeiten dann schon weg hast so gesehen dass sie wieder Aufladzeit haben dann bist du plötzlich stehst du plötzlich vor denen und dann hallöchen ja wie geht's so und dann bist du tot ja zum Teil recht Assi warum freu mich aus mein neunrecht also da ist der Boss was der der Klub schauen listiger Willi ach der listige Willi Willi wills wissen 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 Willi wills senn Willi wills senn wills senn Willi 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 wills senn ich nicht. Ich weiß gerade nicht, aber ich glaube nicht. Mit Tom Cruise, wo er auf einer einsamen Insel feststeckt, auf dem Fußball... Schau lieber die Ziegute von Panem. Auf dem Fußball, den er von so einem Transportflugzeug raus hat, von so einem Abgestürzten, seinen Handaufdruck drauf macht und das sein bester Freund wird. Nee, hab ich noch nie gesehen. Schau lieber die Ziegute. Das ist eine Bildungslücke. Nee, ist nicht... Schau lieber die Ziegute von Panem. Die sind super. Das ist ein geiler Film. Ist nicht geil. Hat jemand den neuen Kino-Film davon schon gesehen? Nee, ich will ihn heute im Internet angucken. Ich hab ihn gesehen gestern. Sicher, schau. Sau, ist nicht geil. Der erste Teil war schon geil. Ja. Oder als die anderen Baum gefestigt hatte. Die Bienen sind geil. Aber das ganze Spiel ist ein bisschen brutal, eigentlich so gesehen. Ist recht. Geht. 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 Oh mein Gott, es leck. Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Oh, ich muss jetzt erst mal jemanden blockieren. Warum? Bist du angeschrieben? Nee, aber der Hardway, der geht mir ja ziemlich mal auf die Nerven. Warum? Was macht er denn? Ähm, der hat mir vorhin gerade geschrieben, der hat alle seine Gildenmitglieder, die er hatte und auch sein Vize-Chef äh, einfach so grundlos gekickt aus der Gilde geworfen. Weißt du warum? Nö. Weil er meinte, es hat ihm, es haben ihn viele widersprochen, aber ohne vernünftigen Grund. Ja. War ich da nicht auch dabei? Meinst du den? Mh, nein. Ich war ja auch in der Gilde, wo das passiert ist, waren wir ja beide mal. Ja, der wollte die Gilde, äh, seinen Charakter mit der Gilde verkaufen. Aha, ja, okay. Und da halt wir nicht den Bock drauf hatten, ja, haben wir uns gewährt und unser Kühlenlevel, was wir hatten, ja, wieder zurückgekommen. Okay, ich schaue mal in den Taschen nach, für etwas zu zahlen. Glaube, wir sind nichts finden. Doch, doch, doch. Ich war sehr stark daran. Weiß ich nicht. Weil... Der Kartoffel. Nein. Und du seid da, rein und jump, jump, jump. Wo bist du rein? Ach, da. Ah, fliegen oben durch. Da mag nicht immer am Boden rumkaxeln. Fährt das hat man ja, die Drachen hier. Lala. Ich finde es einfach schade, dass es einen normalen PvE äh, keinen Flug, Fluggegner hat, die du dann mit Fliegen angreifen kannst. Hey, ich hab noch Zeug für Season 30er. Ja, bist du 36? 37 inzwischen. Ja, bis... Bis 50 hab ich. Ich bin 43. Aber ich glaube nicht, dass du da... Komm schon, du kriegst mein ganzes Rucksackzeug, das ich dir helfen kann. Das du glaubst. Gott. Ach, Gottchen. Was denn? Was denn nach Gottchen? Ach, nix. Naja, ich würd sagen, äh, machen wir dann mal wieder einen Unterbruch, oder? Also... Meinst du einen Bänden? Jo. Müssen du jetzt hin? Was? Was jetzt grad hier zum komischen Holzfäller denken. Und dann warst du weg. Wer? Du. Hä? Ja. Hä? Hä? Was? Hä? Was? Hä? 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 Gut, aber dann treffen wir uns noch an einem Ort. Äh, in der Mitte bei der Kuppel auf dem Dach. Nein, zwei, drei, drei. Jetzt geht heute gucken. Was hab ich hier was für Rüstungen noch? Ich hab uns selbst noch Zeug zum draufkletten. Kommt ihr her? Ja, Stress nicht. Okay. Stress, Stress, Stress. Stress, 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 Stress. Was? Stress? Okay, dann komm mal in die Mitte. Ja, mit Gleiterregen. Glaub da. Bist du falsch. Shit. So. Wo bist denn du? Hui. Ja, ich werde mein Gründracht nicht übersehen können. Hallo, hier. What the fuu? Hier unten. Wer denn der? Glotzt nicht. Was? Sie ist nicht. Guck nach vorne. Links ein bisschen und nach unten. Ja, ich bin ja schon am Boden. Äh, du stehst da auf so einem Dach oben. Nö? Nö. Stehe ich gar nicht. Momentchen, bleib mal stehen. So, dann fliegst du vorbei. Äh, du warst grad da oben. Jetzt komm ich hier. Da bin ich ja. Siehst du mich? Was ist grad da oben? Und du bist im Boden verschwunden. Du bist runtergetaucht. Hier. Ey. Jetzt bist du da. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Bist du hier. Ich ruf mein Lieblingsdrache. Ich ruf mein Lieblingsdrache. Juhu. Falsch. So. So. Steht einfach mein Drache hier in den Weg. Nur ein bisschen mehr zusammenrutschen. Ja, die Drachen brauchen noch ein bisschen Platz. Ja. Toll. Schick. Jetzt ist sie ja mittendrin. Alter. Alter. Schaffen wir kein schönes Bildchen? Schick. Also ich geh ja extra hier auf die Seite. Ja, so ist gut. Kannst auch noch deinen Drachen rufen. Den blauen, wenn du willst. Wenn du den magst. Aber musst du ein bisschen zur Seite rücken. Moment, ich kann noch ein bisschen näher, weil mein Drache ist nicht so groß. Kannst noch ein bisschen zu mir kommen? Nicht du. So. Ich. Momentchen. Du bleibst jetzt stehen, Symbiosk. Moment, bleib stehen. Jetzt plattiere ich mich. Alter. Willst du? Ist gut. Hast du es geschafft? So. Jetzt komme ich hier. Ah, jetzt ist mein Drache natürlich durch. Ruf ich halt einen anderen. Bin hier. Momentchen. Komm, ein bisschen weg. So, und jetzt kannst du ein bisschen näher zu mir rutschen noch. Äh, Lulo. 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 Also. Ah. Ein bisschen zurück. Noch ein bisschen zurück. Das ist gut. So, jetzt ist gut. Genau so stehen bleiben. Nur deinen Drachen sieht man nicht. Ich bin schissenlos. Symbiosk. Deinen Drachen sieht man nicht. Ja, komm. Scheiss egal. Okay. Der steckt seinen Arsch hin. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal wieder. Und ja. Schönen Tag. Schöne Zeit. Und von mir meinerseits. Tschüss. Wollt ihr noch? Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Äh, viel Spaß, wenn ihr das seht. Und ich hoffe, ihr lasst uns einen Daumen oben, wo unten, je nachdem, ob es euch gefallen hat, oder nicht. Und ich hoffe auch nur als Cast, ihr abonniert die zwei Jungs. Oder sollte ich sagen, Halbmädchen? Nee. Okay. Und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.